Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von MotorTV, heute ganz im Zeichen der Vienna Auto Show, bereits zum achten Mal hier am Messegelände in Wien. 40 Markenhersteller präsentieren hier rund 400 Fahrzeuge. Wir haben die 30 interessantesten Neuerscheinungen rausgepickt und zeigen Ihnen in der heutigen Sendung die Highlights von Hyundai und der Volkswagen Gruppe. Der Höhepunkt auf dem Volkswagen-Stand ist der VW Golf Sportsvan. Das ist die dritte Karosserie-Variante des neuen Golfs, der ja auch auf diesem modularen Querbaukasten aufbaut. Das heißt, alle Vorzüge, die der neue Golf bringt, die bringt auch der Golf Sportsvan mit, mit zusätzlichem Raum, der höher gebaut ist, der heute mehr Platz hat für Passagiere, der mehr Platz hat für Gepäck und eignet sich ideal auch für kleine Familien. Mit dem E-Golf bringt VW nach dem E ab, das zweite vollelektrische Fahrzeug noch heuer auf den Markt. Der E-Golf mit einer Reichweite von 190 Kilometern deckt mehr als die durchschnittlichen Reichweiten eines Österreichers ab. Besonders in Ballungsgebieten natürlich hochinteressant. Glauben wir, dass der E-Golf, der ja alle Attribute des Golfs in sich trägt, vom Platzangebot und von Komfort her, dass er sicherlich eine interessante Alternative bietet. Am Stand bei den VW-Nutzfahrzeugen feiert eine neue Variante des VW Amarok Österreich Premiere. Der neue Amarok Dark Label, das neue Topmodell in der Amarok-Linie, überzeugt mit feinen optischen Details wie Leichtmetallfelgen, feiner Alcantara-Lederausstattung und einer dunklen Stylingbar und bietet natürlich alle anderen Vorzüge des Amarok, insbesondere Wahlmöglichkeit zwischen permanentem und zuschaltbaren Alhautantrieb, der permanente Alhautantrieb auch mit Automatik, verbunden auch mit allen Steuervorteilen, zum Beispiel für Unternehmerkunden. Volkswagen-Nutzfahrzeuge erweitert ab sofort auch seine attraktive Generation Sondermodellreihe mit einem neuen Multivan-Modell. Der neue Multivan-Generation besticht mit feinen Ausstattungsdetails wie eleganten Leichtmetallfelgen, einer eigenständigen, auffälligen, attraktiven Kommunikationsfarbe, einem eigenständigen Sitzstoff, einer Drei-Zonen-Klimatronik und vor allem mit einem sehr deutlichen Kundenvorteil und bietet natürlich alle Vorzüge der gesamten Multivan-Palette, vom Vorsteuerabzug bis zur hohen Variabilität. Was den Innenraum betrifft, auch die Antriebsarten bis zur Automatik und Allrad, können Sie de facto alles haben, was Sie wünschen. Sportlich, vielseitig und elegant, das neue Audi A3 Cabriolet besticht schon auf den ersten Blick durch seine fliessende Linienführung. Der offene Viersitzer ist im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich grösser geworden und wiegt trotzdem rund 60 Kilogramm weniger als bisher. Das neue A3 Cabrio ist erstmals auch mit Quattro-Antrieb erhältlich. Serienmäßig gibt es das A3 Cabrio mit einem ganz schicken Stoffverdeck. Das ist ja typisch für die Audi Cabrios. Auf Wunsch gibt es auch noch ein Akustikverdeck. Das ist vollautomatisch, öffnet und schließt sich in 17 Sekunden und dämmt natürlich mehr und der Fahrgenuss ist dadurch noch höher. Das Audi A3 Cabrio ist ab sofort bestellbar. Die ersten Fahrzeuge werden voraussichtlich Mitte März eintreffen. Hier am Stand von Hyundai ist das Highlight definitiv der neue i10. Ein moderner, pfiffiger Kleinwagen mit hochwertigen Ausstattungsmöglichkeiten, die man so eigentlich nur aus höheren Klassen kennt. Mittelpunkt am Stand von Hyundai ist der neue Kleinwagen i10. Der neue i10 feiert Österreich Premiere auf der Vienna Autoshow. Das Fahrzeug ist komplett neu konstruiert worden. Also von A bis Z neu. Ist nach wie vor ein Kleinfahrzeug, das aber sehr viele Attribute von höheren Segmenten mit sich bringt. Das heißt, wir haben also Ausstattungsfeatures, die man normalerweise in dem Segment nicht findet. Beispielsweise geht es da um ein beheiztes Lenkrad oder um ein Smart-Key-System. Das heißt also schlüsselloses Starten und Aufsperren. Das ist deshalb für uns wichtig, weil wir ganz einfach uns über Modern Premium definieren. Das heißt also, wir wollen Ausstattungsdetails, die aus höheren Segmenten stammen, auch in die unteren Segmente bringen, weil das natürlich zusätzliche Spaßfaktoren für den Autofahrer sind. Ein weiterer Spaßfaktor ist sicherlich auch der günstige Einstiegspreis des neuen Hyundai-Modells. Der neue i10 beginnt bei 9.490 Euro. Das ist, was man auch dazu sagen muss, weil nicht selbstverständlich für ein Fahrzeug der Kleinwagenklasse immer fünftürig. Und dieses Fahrzeug hat bei uns, auch so wie wir es bei anderen Modellen kennen, immer fünf Jahre Garantie mit unbeschränkter Kilometeranzahl. Das heißt also, das ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Das gemixt mit einem tollen Design, das gemixt mit der bekannten Hyundai-Qualität ergibt einfach ein rundes Auto. Eine runde Sache sind natürlich auch die aktuellen Hyundai-Modelle. Neben den neuen Hyundai i10 bieten wir auch die neuen Sonderserien Go und Go Plus an, mit Preisvorteilen bis zu 3.670 Euro. Also die Zusatzausstattung ist von Modell zu Modell unterschiedlich und reicht zum Beispiel beim i30 Go Plus bis hin zum Sonnendach und auch zu wunderschönen Chrom-Alufellen. Sondermodell bedeutet natürlich, dass es sich um limitierte Stückzahlen handelt. Dementsprechend ist es wichtig, dass Sie so schnell wie möglich zu Ihrem nächstgelegenen Hyundai-Partner gehen, um die neuen Go und Go Plus Sondermodelle kennenzulernen. Alle Autos, alle Infos, ein Heft. Alles Auto. Jeden Monat neu. Wir kommen jetzt zur einzigen Weltpremiere hier auf der Vienna Autoshow, dem neuen Seat Leon ST Kombi 4-Drive mit permanentem Allradantrieb. Davor zeigen wir Ihnen aber noch die neuen Yeti-Modelle und ein interessantes Gewinnspiel. Am Stand von Skoda strahlt der Yeti in zwei neuen Styles. Wir bringen eine Offroad-Version, die sehr kräftig nach Auto aussieht und die klassische Version des Yeti. Wir nennen den Interna City Yeti ein Auto für die Stadt im neuen, modernen Design. Beide Modellvarianten erhalten eine komplett neue Front- und Heckpartie, unter anderem mit neuer Motorhaube und neuem Fahrzeuglogo. Allradantrieb gibt es auf Wunsch auch für alle zwei Versionen. Die Einpreisung des Yeti ist die attraktivste in unserer gesamten Modellpalette. Wir beginnen mit 20.000 Euro für die beiden Varianten. Nach oben hin ist jeder Wunsch erfüllbar. Mit dem Rapid Spaceback erweitert Skoda die Kompaktklasse um ein attraktives Kurzeck-Modell. Es ist geräumig, günstig, bietet viel Platz und das alles bei geringem Verbrauch. Der neue Skoda Rapid Spaceback ist seit Dezember bei den Händlern. Und den Spaceback gibt es für die Frühjahrssaison schon um unter 15.000 Euro. Skoda veranstaltet derzeit das große Yeti-Gewinnspiel. Bei unserem großen Yeti-Gewinnspiel gibt es zwei tolle Reisen zu gewinnen. Der eine führt dem Yeti-Auto entsprechend abenteuerlich in die Berge. Da gibt es Rafting, Canyoning. Bei der anderen Geschichte gibt es urbanen Lifestyle für den City Yeti. Da fährt man München, Berlin, Dresden, Prag mit wirklich Hotspots und Lifestyle-Hotspots. Man kann jede Menge erleben und jeweils im Wert von 10.000 Euro. Also eine ganz, ganz große, tolle Geschichte. Nähere Infos zum Gewinnspiel finden Sie im Internet unter www.jeti.skoda.at Seat hier bei der Wiener Autoshow hat eine Weltpremiere zum ersten Mal. Den schönsten Combo Österreich sowieso. Das ist nämlich der Leon ST und jetzt auch speziell für Österreich als Allrad erhältlich. Der Leon ST, Allrad, 4Drive heißt er jetzt, der hat natürlich eine Haldex 5-Kupplung. Das ist die neueste Allrad-Technologie des Volksbahnkonzerns. Vorteil darin ist, dass man eigentlich keinen Stauraum verliert. Das heißt, man hat bei einem Combo genauso viel Platz wie vorher gut. Und das braucht man natürlich auch. Und raufklettern kann überall. Aber man kauft auch Allrad deshalb, weil er das sicherste Konzept ist. Der Einstiegspreis beim Seat Leon 4Drive Diesel mit 105 PS liegt unter 24.000 Euro. Die Markteinführung findet im April statt. Bereits ab sofort erhältlich sind die neuen Seat Ibiza-Modelle zu speziellen Jubiläums-Sonderpreisen anlässlich 30 Jahre Ibiza in Österreich. Also wir haben gesagt, Preise wie vor 30 Jahren. Das heißt, der Ibiza in 5 Türen, 70 PS, Klimaanlage, Radio, also alles drin und dran, ESB, kostet nur 9.990. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Preis. Da kann man sich so überlegen, so ein schönes Auto zu fahren. Erstmals zu sehen in Österreich ist der kleine Bruder des Porsche Cayenne. Wir haben hier auf der Vienna Autoshow die Europa-Premiere für den neuen Macan. Wir stellen ihn hier in der Turbo-Version vor. Das heißt also mit 400 PS Motorisierung, Benzin-Variante. Es gibt dann auch das Auto mit 340 PS als Benzin-Version und mit 258 PS als Diesel. Die Markteinführung ist ab 4. April in allen österreichischen Porsche-Zentren. Bereits ab sofort verfügbar ist der Cayenne Platinum, der als Besonderheit ein Ausstattungspaket enthält. Es gibt ihn für die Sechszylinder-Modelle in der Benzin-Version und in der Diesel-Version. Und als solches hat er beispielsweise 19 Zoll Leichtmetallräder. Er hat eine spezielle Lackierung eben in Platinum, die auch namensgebend ist. Er hat ein Navigationssystem inkludiert. Er hat Xenon-Scheinwerfer und eine Menge anderer Details, die unsere Kunden normalerweise immer dazu bestellen. Der Preisvorteil beim Porsche Cayenne Platinum beträgt mindestens 10.000 Euro. Exclusive Cars präsentiert den schnellsten Seriensportwagen der Welt, den Bugatti VITES. Das ist die offene Version vom Bugatti Viron. Die gigantische Maximalmotorleistung beträgt 1200 PS, welche eine Höchstgeschwindigkeit von 430 kmh ermöglicht. Bei Bentley haben wir zwei Modelle mit, den Continental GT V8, neu in der S-Version mit 528 PS Leistung. Durchschnittsverbrauch von nur 10,5 Liter mit Zylinderabschaltung und den neuen Flaggspur, die neue große Limousine von Bentley Motors. Allradgetrieben, schnellste Serienlimousine der Welt. Neben dem 700 PS starken, offenen Lamborghini Aventador sehen wir hier die letzte Mutation des Galardo, den Squadra Corse, die heißeste Galardo-Version für die Straße. Angetrieben wird ihr von einem 570 PS starken V10 Motor, der eine Katapultbeschleunigung von 0 auf 100 in 3,4 Sekunden ermöglicht. Währenddessen soll sich der straßentaugliche Rennwagen dank Allradantrieb immer sicher und hochpräzise verhalten. Das war es auch schon wieder für heute beim Motor TV. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Beim nächsten Mal zeigen wir Ihnen dann unter anderem die Modelle von Mazda, Jaguar und von Citroën. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.